Herzlich Willkommen zu einem kleinen, feinen, gemütlichen Video hier auf meinem Zweitkanal namens PRINZ. Ich bin von meinem Festival zurückgekommen, bin jetzt ein bisschen entspannt. Also nicht wegen des Festivals, sondern weil ich seitdem ein bisschen ausgeschlafen habe tatsächlich. Oha wie geil! Boah, die kennen ihn alle und feuern ihn an, wie cool! Das Festival an sich war zumindest für mich nicht entspannt, für alle anderen hoffentlich schon. Wie geil! Jetzt geht es mal wieder ans Video machen und ich habe mir mal angeschaut, was in den letzten Tagen so veröffentlicht worden ist und da ist mir etwas aufgefallen, nämlich vom guten TJ ist mir ein Video in die Timeline gespült worden und das hat mich tatsächlich sehr schockiert, aber nicht aufgrund des Inhalts per se. Ja und ihr werdet mich jetzt fragen, wie kann es sein, dass du da jetzt nicht schockiert warst oder so? Schlicht und ergreifend deswegen, weil er nur einer von ganz vielen ist. Also sollten diese Anschuldigungen sozusagen zutreffen. Da ist sozusagen gerade von euch so ein kleiner Blick in den Abgrund geworfen worden, aber ich muss euch leider sagen... Ja ja, der Abgrund, das Rabbit Hole, das Rabbit ist noch viel größer. Das ist ein krasses Höhlensystem hinter diesem Abgrund und das geht verdammt viel tiefer. Das Rabbit Hole ist sehr tief, aber ich habe eigentlich... Alex, bestimmt ein gutes Video, aber ich habe gar keinen Bock, mir das reinzuziehen. Er hat aber einen wichtigen Kritikpunkt an deinem Video bezüglich Narzissmus... Ja, okay, komm, wir gucken dann. Das geht verdammt viel tiefer als Steffen Ostwald. Schätzungen zufolge gibt es 300 bis 600 Sekten in Deutschland mit über 2 Millionen Mitgliedern, das kann man aber gar nicht so reden. Die Frage ist aber, Sekte heißt ja nicht direkt was schlechtes. Also Sekte ist ein Überbegriff von etwas und es muss ja nicht unbedingt unfassbar schlecht sein. Viele Sekten sind sehr wahrscheinlich sehr scheiße, aber Sekte heißt ja erstmal nicht, dass es unfassbar kacke ist. Richtig einschätzen oder sagen beispielsweise Scientology hat gar keine Mitglieder, sondern nur Kunden. Ja, die sind da gar nicht in der Rechnung mit drin. Und es ist natürlich auch die Frage, ob der Steffen Ostwald überhaupt da mit in so eine Auflistung reinfällt. Hat er jetzt eine Sekte oder ist er halt einfach irgendein Guru, dem so einzelne Personen folgen? Was genau ist er und was macht er und wie kann man das einschätzen? Das kann man ja noch gar nicht so richtig absehen jetzt zu dem Zeitpunkt, wo dieses Thema zum ersten Mal so richtig groß rausgekommen ist. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie krass das Light sein muss. Ja, wenn wir jetzt davon sprechen, dass es mindestens irgendwie sowas um die zwei Millionen gibt und da einfach so eine krasse Dunkelzimmer, von der man überhaupt nicht... Aber zwei Millionen Sekten mit dir in Deutschland glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Ich glaube nicht, dass zwei Millionen Menschen als Sekte sind. ...einschätzen kann, wie groß sie eigentlich ist. Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich mich mit dem Thema schon sehr lange auseinandersetze. Oh krass, da bin ich jetzt ja gespannt. ... also mit Sekten und Kulten und Gurus und diesem ganzen... ... kam drum herum. Also das ist etwas, das fand ich schon immer wahnsinnig spannend. Eben diese Abgründe der Menschheit, die haben mich schon immer irgendwie fasziniert. Ist vielleicht jetzt nicht das gesündeste Interesse, aber irgendwie so generell diese düsteren Themen. Ihr kennt mich ja mittlerweile und auf diesem Channel. Was waren die ersten Videos genau? Creepypasta. Ihr wisst ja, dass ich in meinen Videos oft versuche, den generellen Zusammenhang herzustellen. Ja, also dass ich eine Beobachtung habe und daraus dann sozusagen die Zusammenhänge mit dem Gesamtkonzept dann hervorhebe. Einfach damit ihr es dann besser versteht am Ende des Tages. Mir geht es bei diesem Thema aber jetzt um eine Sache und die ist verdammt wichtig. Ja, auch wenn das Thema vielleicht in der Woche schon wieder keinen mehr interessiert, ist es extrem wichtig. Eigentlich Menschen wie Steffen Ostwald, die können überall lauern und vor allen Dingen können auch ihr jederzeit Opfer ihrer Manipulation. Was war das für ein Bild, Digga? Ähm, ja genau, die können überall lauern, deswegen habe ich ja auch mein Fazit so gestaltet, wie ich es gestaltet habe. Das war ja schon bedacht mein Fazit. Weil, ja wie gesagt, es kann halt überall Leute sein, die euch manipulieren wollen oder was auch immer. Selbst wenn sie keine Sektenführer sind. Manipulation und ihre Tricks werden. Wann das passiert. Wann ihr gefährdet seid. Wie sie das machen und wie man da wieder rauskommt, darüber sprechen wir heute. Oh, wie man da wieder rauskommt auch, finde ich gut, finde ich gut, dass ihr es macht. Euch ein bisschen gemütlich, denn das Thema wird es auf jeden Fall nicht. Nehmt euch was zu trinken. Und ja, haben wir. Los geht's. Spirituelle Führer, Gurus oder wie man Menschen wie Steffen Ostwald nennt, die gab es schon immer. Vor allen Dingen in Phasen der Krise sprießen sie eigentlich wie Pilze aus dem Boden. Ey, aber Alex, für den selben Blitz. Aber Bro, ich hab den seit vier Jahren, glaube ich, deswegen. Menschen nach Halt suchen, nach Leuten, die ihnen sagen, wie sie besser mit ihrer Situation zurechtkommen, wie sie vorankommen, wie sie wieder glücklich werden können oder wie sie sich in einer sich stark oder schnell verändernden Welt zurechtfinden können. Gab auch Gurus. Das ist ja erstmal nichts Schlimmes, dass es solche Leute gibt, die sowas für einen wollen. Problematisch ist es nur, wenn die Leute zu überzeugt von den eigenen Ansichten sind und einen zu was drängen wollen. Also, Tipps und sowas geben ist ja cool. Wenn jemand nicht mehr, so ein Psychotherapeut macht ja das auch. Der will ja auch Tipps geben, wie man mit der Welt klarkommt. Apropos Psychotherapeut, ich muss mal meine Therapeutin wieder rufen. Die haben dir erklärt, dass du von Lichtnahrung in Papen... Wieso kommen eigentlich keine ABK-News bei den Formaten wie früher? Ähm, da sind einfach ein paar unschöne Dinge vorgefallen. Und ich will nicht, dass die unschönen Dinge weiter vorfallen. Deswegen, wenn jetzt keine News krass mich betrifft, muss ich nicht drüber reden. Einfach, weil privat unschöne Dinge nicht mit mir passiert sind, sondern mit Personen aus meinem Umfeld. Deswegen möchte ich da nicht mehr privat drüber reden. Möchte ich da nicht so viel drüber reden, weil das war sehr unschön. Deswegen will ich die Leute aus meinem Umfeld schützen. Genau, deswegen ist da gar keine News mehr drüber. Papua Neuginea leben kannst, bis du dann verhungert bist. Das ist nicht erfunden, dass es tatsächlich passiert um die Jahrhundertwende. Da könnt ihr mal... Gurus, die haben dir erklärt, dass du von Lichtnahrung in Papua Neuginea leben kannst. Geil. Bis du dann verhungert bist. Das ist nicht erfunden, dass es tatsächlich passiert um die Jahrhundertwende. Da könnt ihr mal Christian Krachts Imperium lesen diesbezüglich. Weil es lieber nicht ist umstritten. Das hatte ich damals im Studium. Lichtnahrung, um das eigentliche Potenzial des Menschen zu entfesseln. Licht macht aber wirklich Nahrung. Vitamin D, Digga. Und über sich hinaus zu wachsen. Das ist so diese eine Sorte, bei der es irgendwie um diese eigene Entgrenzung, die Verbesserung des Eigens. Das mit der Freundin, was Kuchen liegt, hat... Meinst du? Was hat KuchenTV geleakt? ...ein Individuum es geht und dann gibt es noch diese andere Form von... Was hat Kuchen... Falls KuchenTV irgendwas geleakt hat? Schick gerne rüber. ...von Gurus. Das sind dann diese sogenannten Doom Priests. Die kennt ihr auch. Bei denen alles irgendwie was mit Apokalypse zu tun hat. Und die weisen euch dann den Weg in das Himmelreich. Oder nach Alpha Centauri oder so. Aliens, die euch abholen. Also der Weg zu meinen Verschwörungstheorie-Eisbergen ist an dieser Stelle auch immer sehr kurz. Es ist tatsächlich so simpel. Hat der Mensch Angst vor der Zukunft oder vor dem, was auf ihn zukommt, dann wendet er sich eben an Menschen, die eine, ja, Lösung oder einen Ausweg für die Situation parat haben. Und jetzt sagen wir alle fünfmal, wir sind keine Sekte. 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 Also wie gesagt Apokalypse und dann die, bei denen es um die persönliche Verbesserung geht. Und diese ganzen kommen in die Gruppe Gurus und Krypto-Gurus und so weiter und so fort. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Ich würde aber Comedy-Gurpo und Krypto halt nicht als Guru bezeichnen. Ich würde sagen, das ist nochmal eine andere Sparte an sich. Aber es hat auf jeden Fall auch was Spirituelles. Bevor wir... Joaaaaa... Jetzt aber die Frage klären, wie man erkennt, dass man von einem Guru beeinflusst wird. Woran man erkennt, dass man selbst gerade in einer Situation ist, wo man anfällig ist für sowas. Und wie man da wieder rauskommt. Ne, aber zum Guru, was hat er gesagt, Chat? Wenn jemand einen Clip hat oder ein Video mit einem Timecode, send gerne rüber. Danke. Möchte ich bitte zuallererst noch einen Begriff klären. Oder die Art und Weise, wie man mit einem Begriff umgeht. Und das ist Narzissmus oder einem Narzissen. Mit dem Begriff wird ja auch oft um sich geworfen und auch TJ benutzt ihn als so eine Art Urteil, das quasi allumfassend ausdrückt. Ja, da muss ich ganz kurz sagen, bevor ich seine Kritik höre. Ich habe Narzissen ein bisschen zu allgemein ausgesprochen. Weil es gibt solche Narzissen und es gibt solche Narzissen. Viele Menschen sind narzisstisch. Auch in der YouTube-Szene, in der Schauspielszene gibt es viele Narzissen. Was nicht automatisch heißt, dass es schlechte Menschen sind. Sondern die einfach ihre Selbstliebe über andere Dinge definieren. Sehr überzeugt sind, aber das muss nicht unbedingt etwas krass Schlechtes sein, wenn sie damit keine schlechten Dinge tun. Und auch in vielen Führungsbranchen gibt es viele Narzissen, weil Narzissen halt auch durch Leistung sich bestätigt fühlen und dementsprechend sich hocharbeiten wollen. Was eine Person irgendwie ausmacht, wie mit ihr umzugehen ist und welche Gefahr von ihr ausgeht. Und das halte ich für ziemlich gefährlich, weil es eben sich hier um psychologische Themen handelt. Um eine Persönlichkeitsstörung. Und keine Persönlichkeitsstörung ist so wie eine andere Persönlichkeitsstörung. Ich zitiere jetzt mal die Psychologin Dr. Eleanor Greenberg. Hier in dem MBK-Video bei 5 sieht man die Aussage. Narzissen sind Menschen, denen es an Empathie mangelt, die sich selbst und andere Menschen nicht auf realistische Weise sehen können. Die unglaublich egozentrisch sind, Leistung und Status schätzen und sich in ihrer frühen Entwicklung anpassen mussten. Sie überschätzen ihre eigenen Fähigkeiten, sie idealisierten oder beneideten Menschen, die vermeintlich erfolgreicher seien oder einen höheren Status hätten. Sie werteten jeden ab, der sie kritisiert oder von dem sie glaubten, dass er unter ihnen steht. Ihr Leben ist eine einzige lange Suche nach externer Bestätigung und Perfektion. Und das ist nämlich die moderne Betrachtung von Narzissmus. Die verzweifelte Suche nach Bestätigung und Anerkennung durch andere. Und da gibt es glaube ich eine Menge, vor allem im Schauspiel, YouTube, generell in der Szene, wo es um Bekanntheit und Fame geht. Es gibt darüber hinaus auch gesunde narzisstische Wünsche beispielsweise. Also das ganze Thema ist ziemlich groß und ziemlich komplex und man wird dem nicht gerecht, indem man nur sagt, das Narzisst. Logisch, dass das so ist. Was Narzissten allerdings nicht sind, sind folgende Dinge. Sie sind nicht immer böse. Viele tun beispielsweise... Genau das meine ich auch gerade. Narzissten müssen nicht unbedingt schlechte Menschen sein. Es gibt Narzissten, die sind schlechte Menschen, aber nur weil du solche Züge hast, bist du nicht automatisch ein Scheiß-Mensch. Hätte ich mehr im Video erklären müssen, aber das ganze Thema war auch so riesig groß. Da macht man auch kleine Fehler, ist halt das Ding, ist das Problem. ...gute Dinge für die Allgemeinheit. Das hat jetzt vielleicht auch größtenteils was damit zu tun, dass es um die eigene Anerkennung geht. Klar, aber trotzdem. Sie sind nicht alle unmoralische Vampire, die alles Gute aus dir raussaugen. Die wenigsten sind auch wirklich charmant oder manipulatorisch gewieft oder selbstbewusst. Hier wurde in dem Artikel beispielsweise der Vergleich mit Schauspielern gebracht. Das ist quasi wie auf gute Schauspieler zu treffen. Es ist tatsächlich ziemlich ähnlich sogar. Das betrifft dann halt auch noch eine gewisse Anzahl von denen. Und vor allen Dingen muss man sagen, dass Narzissten nicht generell Menschen absichtlich verletzen. Das sind einfach ganz normale Menschen wie du und ich, die einfach eine ganz spezifische Persönlichkeitsstörung haben. Eine Persönlichkeitsstörung, die leider auch nicht so einfach zu therapieren ist. Aber sie leiden auch selbst unter dieser Persönlichkeitsstörung wie andere Menschen mit Persönlichkeitsstörungen. Und ich finde es... Nur bei Steffen leiden andere Menschen drunter. Das kann man schon sagen, finde ich. Schwierig, das so zu stigmatisieren. Gerade in so einem Kontext, wo da noch viel dazukommt. Jetzt reden wir mal über die, die wirklich Böses anrichten. Und zu dieser Sektenthematik gibt es wirklich unzählige Beispiele. Und die bekanntesten findet ihr beispielsweise bei Sekten und Kulte. Das ist so ein Podcast auf Spotify, den ich ziemlich feiere. Dann findet ihr einige einzelne Beispiele auch auf meinem Hauptchannel, bei meinen Eisbergen. Da kommen wir immer mal wieder auf Sektengeschichten zu sprechen. Wie gesagt, ich beschäftige mich da jetzt schon seit Jahren mit solchen Fällen. Und Steffen Ostwald ist im Vergleich zu den bekannten Themen wirklich ein kleines Licht noch. Gott sei Dank. Da trifft wirklich einiges zu, was man über Sekten sagen kann. Dass er beispielsweise auch ein Buch veröffentlicht hat, wo diese Lehre drinsteht. Diese Wahrheit, wo sich die Jüngerinnen, Jüngerinnen, kann man das so sagen? Ja, nachzurichten haben beispielsweise. Ich kann jetzt natürlich nicht ganz ausführlich auseinanderklamüsern, was da psychologisch alles dahinter steckt. Das ist nämlich ein extrem komplexes Thema. Man kann aber erstmal grundsätzlich sagen, es geht hier vor allen Dingen um Macht. Und Macht ist eine Droge, die gerade bei Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, was auf viele Narzissten zutrifft, einen ganz unguten Einfluss hat. Weil dann können sie das, was sie wirklich wollen, auch so ausspielen. Um mal Jürgen Wirth zu zitieren. Machtfantasien dienen häufig der Überwindung unerträglicher Unmachtsgefühle. Gehen Narzissmus, Macht und Aggression eine enge Verbindung ein, kommt es zu destruktiven und selbstdestruktiven Entladungen. Die Ausübung von Macht, der pathologische Narzissmus und der irrational-fanatische Glaube stellen Strategien dar, um die Abhängigkeit von Bestätigung durch andere zu verleugnen. Da sind wir jetzt nämlich bei der moderneren Betrachtung des Narzissmus, die weggeht von der freudschen Betrachtung, die nämlich eben davon ausgeht, dass der Narzisst sich immer im Widerspiegeln mit den anderen befindet. Also dass immer ein Feedback von außen kommen muss, der diesen Narzissen bestätigt. Das ist jetzt ein guter Teil der Erklärung, warum Menschen zu spirituellen Führern werden. Aber wieso fangen wir auf die rein? Zitiere nochmal. Im fanatischen Glauben an die übermenschliche Macht der Führerfigur versucht das Subjekt, die eigene Omnipotenz durch eine Unterwerfung zu sichern, die mit der heimlichen Fantasie verbunden ist. Boah, ich muss nochmal bei den Videos von Alex sagen. Ich mag Alex sehr, aber die Kritik an Alex Videos sind, die ich habe ist, ich finde, der nimmt einen manchmal ein bisschen zu wenig mit. Also, boah, das ist manchmal echt anstrengend zu folgen und das alles zu checken, was er sagt. ... verbunden ist durch Überidentifikation mit der als übermächtig erlebten Autorität, an deren Macht zu partizipieren. Gesundheit. Ja, da war auch gerade so, Bruder, was für... Für alle, die das jetzt verstanden haben, ich breche das nochmal runter und fasse das ein bisschen zusammen. Also, bin ich cool mit einem Gott, kann es sein, dass ich auch ein ganz kleines bisschen göttliche Macht mit abbekomme. Es geht einem einfach besser mit einem Führer. Jemandem, der einem sagt, wo es lang geht. Und merkt ihr was? Das ist so ein bisschen wie in der Kindheit, ne? Also, es ist ein Rückfall in die Kindheit, wo man selbst nicht verantwortlich war, was zu tun war. Es wurde einem gesagt und das ist einfach. Da kann man sich zurücklehnen und sagen, jemand, der es bestimmt besser weiß als ich, der hat mir gesagt, so wird es gemacht. Das kann ja nur gut werden. Klar muss man sich auch darauf einlassen wollen. Und deswegen trifft das eben Menschen, die eine gewisse Leitung nötig haben. Beziehungsweise eben sich in einer schwierigen Phase befinden. Aber wie gesagt, es geht psychologisch jetzt sehr tief rein. Das hier ist YouTube. Ist vielleicht echt ein bisschen too much. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein bisschen too much, Bruder Alex. Halte ich ein bisschen einfacher. Ich verlinke euch da unten mal was. So, kommen wir jetzt mal zu einer grundlegenden Frage, nämlich, wer ist eigentlich anfällig dafür? Also, grundsätzlich muss... Ich würde mal sagen, grundsätzlich anfällig dafür sind Leute, denen es scheiße geht und die irgendwie Hilfe suchen mäßig. Ich würde mal sagen, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Also, wenn ihr... Das ist auf keinen Fall, das ist auf keinen Fall. Hier die Mädels, mit denen ich gesprochen habe, die wirkten auf jeden Fall nicht dumm. Die wirkten auf jeden Fall mindestens normal intelligent. So, und also, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie krass schlau die sind oder wie krass dumm die sind, aber sie wirkten eher gebildet auf mich statt an das andere. Wenn ihr in eine solche Sekte gefallen seid, dann müsst ihr euch nicht dafür schämen, darüber zu sprechen, wenn ihr da wieder rausgekommen seid. Ganz im Gegenteil, es ist sehr wichtig, dass man darüber spricht, dass man darauf hinweist, was da passiert ist und so weiter und so fort. Wahnsinnig wichtig. Ist auch ein Grund, warum man eben relativ wenig darüber erfährt, weil die, die sozusagen dann aussteigen... Ja, das hat oft den Scham da, wie auch Sven ja berichtet hatte, ne? Oftmals einfach diese Scham haben, aber es hat mit der Intelligenz nichts zu tun. Nämlich zum einen hat es damit etwas zu tun, dass man einfach noch ganz... Können die noch leiser machen, okay. Ich weiß, was man will. Junge Menschen beispielsweise fallen oft in die Fänge von Sekten oder Händen solcher Menschen wie dem Herrn Ostwald, weil sie, wie gesagt, noch nicht so richtig einschätzen können, was ist korrekt, was ist falsch, wie funktionieren Dinge wie... Wie will ich eigentlich funktionieren, wer will ich sein, wo will ich hin? Ist Tom Cruise auch bei Scientology und der wirkt jetzt auch nicht dumm. Und zum anderen eben auch nochmal verbunden mit prekären Verhältnissen, aus denen man kommt. Also Verhältnisse mit wenig Möglichkeiten, mit wenig finanziellem Spielraum. Auch oftmals ein Umfeld, wo Glaube eine große Rolle spielt einfach. Also wo der Glaube einfach auch tief angelegt ist in der eigenen Welt wahr. Tiete Steffen strahlt blöd über dich auf Facebook. Egal, ist mir scheißegal. Sorry, aber wirklich scheißegal. Kannst mir privat hier senden auf Twitch, aber ja. Dann sind das halt einfach, und ich glaube, das ist auch wirklich das größte Thema, Persönlichkeits- und Sinnkrisen. Also wenn die eigene Realität über den Haufen geworfen... Bruder, was hast du eigentlich die ganze Zeit für Programme mit dem Laufen hier, Alex? ... und man sich selbst irgendwie sammeln muss oder eben eine Leitung finden muss oder einen Weg durch den Alltag finden muss. Das ist dann dieser Moment, wo es kritisch wird. Und wenn ihr euch in so einem Moment befindet, dann seid ihr sehr anfällig, da eben den falschen Menschen und den falschen Lösungen zu vertrauen. Wenn man dann also in einem destabilisierten Zustand ist, nach Antworten sucht, nach Leitungen sucht und eben in die Fänge einer solchen Organisation gerät, dann passieren folgende Dinge, nämlich Gehirnwäsche, Bewusstseinskontrolle und schlicht und ergreifend Indoktrination. Ja, bei Gehirnwäsche wusste ich auch nicht, also ich wollte auch irgendwie versuchen, also diesen ganzen Punkt mit Thea und sowas, das sich halt so blind folgt und so, wollte ich auch noch ein bisschen mehr erläutern eigentlich im Video. Aber es ist halt sehr viel, es wäre sehr viel Mutmaßung gewesen, weil ich es ja nicht exakt weiß, wie das ist. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall bei vielen Sekten sehr krasse Gehirnwäsche betrieben wird. Also man wird von vorne bis hinten mit diesem Glauben, mit den Glaubensrichtlinien zugemüllt, bis man eben selber glaubt an das. Das ist natürlich ein bisschen komplexer als, ja gut, man wird jetzt mit Informationen beworfen. Deswegen, woran merkt man denn, dass man jetzt hier in einer Situation ist, wo Dinge passieren, die schlecht für einen sind? Woran merkt man das? Naja, dass man... Okay, das ist interessant. Woran merkt man das selber, wenn man sich nicht von außen sieht? Von was er jetzt sagt. Beispielsweise zur Selbstaufopferung angetrieben wird, ja. Dass man weltlichen Besitz hinter sich lässt, dass man Vermögenswerte abgibt. Würdest du sagen, dass die ABK-Armee auch eine Sekte ist, wo Hirnwäsche praktiziert wird? Na. Die wird halt befeuert von ABK, aber nicht Hirnwäsche, sondern eher so positiv bestärkt Dinge zu tun. Aber da habe ich halt Realtalk keinen Bock mehr drauf, so. Da war so viel Kindergarten, das ist so einfach... Und wie schon gesagt, privat sind halt unschöne Dinge passiert. Was mich halt so abgefuckt hat, dass die Dinge nicht mit mir passiert sind. Sondern also, klar, es kam auch irgendwie so ein, zweimal Leute auf mich zu, die haben versucht mich zu triggern. Aber bei anderen aus meinem Umfeld sind halt unschöne Dinge passiert, wo ich mir dachte. Und auch bei Frauen, wo ich mir dachte, Jungs, seid ihr... Nee, Mann. Unangenehm einfach. Deswegen bin ich jetzt raus. Dass man seine Arbeit in den Dienst der Gemeinschaft stellt. Also vollkommen und komplett ohne Lohn dafür zu bekommen. Also das ist schon so ein... Finn Kliemann, was? Punkt, wo ich sage, da müsste eigentlich jeder sofort merken... Wait a minute! Obwohl, muss nicht unbedingt schlecht sein. Wenn du mal so eine Gemeinschaft hast, wo sich jeder gegenseitig hilft, dass einfach so ein schönes Miteinander ist, so... Wie nennt man das? Wie in so einem Haarending und so in so... Wie so Studentenverbindungen, aber ein bisschen nicht so wack. Wo man auch irgendwie so Pflichten hat und dafür keinen Lohn bekommt. Aber man so für sich da ist. So kommunenmäßig. Das kann auch schön sein. Es darf halt... Genau, Kommune war das Ding. Das kann auch schön sein. Das kann auch für bestimmte Leute das Richtige sein. Aber es darf halt keine Manipulation stattfinden. Es darf keine Hilfes stattfinden und so. Und wenn das nicht stattfindet, kann das was Schönes sein, glaube ich. So eine schöne Gemeinschaft. Wait a minute! Dass im Zusammenhang damit absoluter Gehorsam gefordert wird. Ja, also eine komplett diktatorische Struktur. Ja, das geht natürlich nicht, wenn es eine diktatorische Struktur gibt. Vielleicht auch nur zum Schein irgendwie demokratische Prozesse irgendwie zulässt. Und das ist auch ganz, ganz großes Nope, was damit einhergeht. Ähm, was auch wieder, was ein bisschen defiziler ist, aber auch mit der Selbstaufopferung und dem absoluten Gehorsam zusammenhängt, ist Ablenkung durch Arbeit. Also durch körperliche Arbeit, durch krass viel Arbeit, durch permanente Arbeit davon abgelenkt werden zu denken, Dinge in Frage zu stellen. Also die ganze Zeit beschäftigt sein, dass man überhaupt nicht in Frage stellen kann, was man da währenddessen die ganze Zeit dann Indoktrination bekommt. Da müsste man schon merken, das ist nicht gut gerade, was da passiert. Ähm, dann was... Aber das merkst du nicht, während du drin bist, glaube ich. Ich glaube, das merkst du später. Für mich das krasseste No-Go eigentlich ist und womit es immer anfängt tatsächlich, das habe ich jetzt auch so gelernt, nachdem ich mich eben mit vielen Sekten beschäftigt habe, wo ich mich auch immer gefragt habe, man ist nicht in der Situation, klar, aber wo ich mich immer gefragt habe, wie kann es sein, dass man das zulässt, nämlich dass man sich komplett von seiner Außenwelt abkapseln lässt und von seiner Familie. Ja, aber ich glaube, das ist das Ding, wenn du so emotional nicht am Arsch bist und dir sechs, sieben Leute sagen, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig und du auch Bestätigung erfährst, wie bei Sword Art Online in der dritten Staffel. Wie bei Sword Art Online in der dritten Staffel als, wie heißt der nochmal hier? Der Blonde, haben wahrscheinlich die wenigsten geguckt, sich auch quasi von der Kirche halt einlohnen lassen hat. Und nicht Kirito, nein, der Kollege von Kirito, der hat sich auch von der Kirche einlohnen lassen. Einfach nur, weil es sehr angenehm war. Eugen, heißt der Eugen? Ja, auf jeden Fall der Blonde, ihr wisst, was ich meine. Der hat sich ja auch so einlohnen lassen von der Kirche und das war halt in der Situation das beste, also die einfachste Entscheidung für ihn. Eugio, der wird aber nicht Eugio ausgesprochen, der wird Yu-Gio, genau, der wird Yu-Gio ausgesprochen, Yu-Gio. So, dass die Familie sozusagen als gefährlich und belastend für den weiteren Prozess dargestellt wird. Das hat auch Steffen im Interview mit mir gesagt, dass die Leute sich entscheiden müssen zwischen Familie und halt ihm. Man sozusagen jedweden Kontakt zu Freunden und Familie aufgeben soll. So, und damit hat man sozusagen den Einfluss von außen, der dich retten könnte, der die Wahrheit sozusagen dann doch eintrichtern könnte, nachdem man hier Gehirn gewaschen wird. Dadurch, dass das abgekattet wird, dass die einzige Verbindung zur Außenwelt abgekattet wird, begibt man sich echt in eine große Gefahr. Dann sollte man auf jeden Fall schnell Reißaus nehmen, wenn das komplette Weltbild dekonstruiert wird. Ja, ja, genau, das Weltbild von es gibt keine homosexuellen Menschen, weil das ist nur ein Konstrukt, ein schulwissig, eintschaftliches Konstrukt, was Konstrukt, was eine Menge Geld gibt. Das ist so funny. Wenn alles, was man vorher zu glauben gedacht hat, nicht mehr richtig sein soll, dass man sagt, ja, dieses ganze System, in dem du dich befindest, alles ist komplett erstunken und erlogen, schwurbel, schwurbel. Das ist auch so ein Punkt, die Infragestellung der kompletten Realität dann sofort Reißaus nehmen. Was natürlich in einer Phase, wo man selbst diese Realität infrage stellt, wo man natürlich sehr anfällig ist. Es ist also wahnsinnig gefährlich an diesem Punkt, weil man eben anfällig ist dafür. Dann ein absolutes No-Go, wenn man Substanzen zu sich nehmen soll, um bewusstseinserwandernde Zustände zu erlangen. Das ist halt hart übergriffig, genauso wie Aufforderungen zu sexuellen Praktiken. Also das ist ein Punkt, das ist so übergriffig. Ja, ja, klar. Das ist halt nicht nur ein Sektenübergriff, das ist halt immer Scheiß. Dass da jedwede Kooperation sofort eingestellt werden müsste. Was allerdings bei vielen von diesen Sekten einfach auch so schleichend passiert, auf so einer zwischenmenschlichen, fast auf einer Beziehungsebene, dass man dann halt so einen Partner dann plötzlich hat und macht dann das und das. Für die Spiritual Guidance. Also extrem unterschiedlich, wie das umgesetzt wird. Die wenigsten fallen auch tatsächlich langfristig darauf rein. Also das führt uns jetzt zu der Frage, wie kommt man da wieder raus, wenn man einfach das nicht mehr mittragen will. Hast jedenfalls meinen absoluten Respekt, die beiden eingeladen zu haben. Ich glaube, ich hätte die Typen nach zwei bis drei Sätzen weggeklatscht. Bro, wenn man halt ein Ziel hat, muss man sein Ziel auch mal durchziehen. Einfach zu viel wird, bemerken die Leute. Kannst du maybe den Stream, in dem du auf Steffens Video reaktet hast, auf Twitch hochgeladen speichern? Kannst du auf YouTube nachgucken, Dopsel? Meine Reaktion auf YouTube hochgeladen. Stimmt irgendwie was nicht. Und dann müssen dann Menschen von außen da sein, die diese Menschen auffangen. Gerade auch dieser Punkt der Scham, dass einem eingeredet wird, dass man halt einfach wertlos ist. Und das, was man hier gemacht oder erlebt hat, dass einen das sowieso komplett aus der Gesellschaft ausschließt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist tatsächlich fraglich, ob es am Ende des Tages hilft, so eine harte Konfrontation zu fahren. Das könnte dazu führen, dass man die Person von sich abstößt. Sich selber daraus zu befreien, ist glaube ich ganz, ganz schwierig. Nach eigenen Stücken kann ich mir auch schwierig vorstellen. Weil man wird ja so krass abgekapselt von der Außenwelt. Bei so Sekten. Was ich mir wirklich vorstellen kann, dass wenn du halt wirklich da lebst in der Sekte und sowas auch. Und da halt keinen Job mehr hast und so. Das ist halt schwierig. Du musst halt quasi von Null anfangen wieder. Teilweise. Das ist ja wirklich krass. Der Punkt ist halt, wenn man da rein gerät, dann ist man eben schon... Ich glaube, da ist es wirklich wahnsinnig wichtig, dass man von außen Unterstützung erhält und dass Angehörigen helfen. Wenn ihr bemerkt beispielsweise, dass man in eurem Umfeld Menschen beobachtet, die sich irgendwie seltsam verhalten oder abkapseln und so weiter und so fort. Es ist wichtig, dass da von außen Unterstützung kommt und dass ihr den Menschen da irgendwie helft. Ja, und dann kommt da noch hinzu, es wird ja auch Druck ausgeübt, in diesen Sekten zu bleiben. Ja, bis hin zu Morddrohungen und dergleichen. Und dementsprechend schwingt dann auch eine Todesangst mit bei diesen Menschen. Die versuchen da rauszukommen und die wird niemals wirklich gehen und alleine die psychologische Nachbereitung. Hab dein Zerstörungsvideo über Steffen Oswald geschaut und als ehemaliges Opfer von einem Narzissten kann ich sagen, dass dein Video wirklich vielen Leuten helfen wird, die auch unter schlechten Einfluss an Narzissten stehen. Mir hat es auch sehr gut getan zu sehen, wie so ein ekelhafter Mensch argumentativ auseinandergenommen wird. Mach weiter so, TJ. Dankeschön, Mario. Kuss, kuss, kuss. Nachbereitung dieser Fälle ist extrem komplex, ja. Beispielsweise wird ja das komplette Selbstbildnis dekonstruiert, das komplette Weltbildnis dekonstruiert. Man stellt sich die Frage, wer ist man überhaupt, ja. Was von mir ist eigentlich echt? Was kam durch diese Sekte dazu? Und darf ich überhaupt ich sein? Oder darf ich eben nur dieses unterwürfige Stück Existenz sein, das ich in der Sekte war, sozusagen? Darf ich Leuten Grenzen aufzeigen, ja. Also alleine dieses Autoritätsthema, dieses Selbstaufauf. Übrigens, die Kirche in Extremform ist übrigens auch eine Sekte in meinen Augen. Es gibt ja so Fundamentalisten zum Beispiel in Amerika. Und die sind ja auch so, nach dem Motto, keine Sex vor der Ehe und nur einen Liebespartner haben im Leben. Und wenn du dich scheiden lässt oder scheiden möchtest, dann fliegst du aus unserer Gemeinschaft raus und alles Mögliche. Das ist das Free Talk, das ist eine Sekte. Punkt hinaus. Also Kirche in Extremform ist auf jeden Fall auch eine Sekte. Das Opferungsthema, also diese komplette Umpolation der eigenen Persönlichkeit spielt da eine große Rolle. Also es ist ganz, ganz schlimm, was Menschen da psychologisch, emotional, körperlich angetan wird. Schwieriges Thema, eine Religion als Sekte zu bezeichnen. Ich rede von Fundamentalisten in Amerika zum Beispiel. Das ist in meinen Augen eine Sekte. Nichts mehr mit der modernen Kirche zu tun. Moderne Kirche, Cillo, Digga, wenn du ein Wort glaubst. Cillo. Also, beziehungsweise, nicht die Kirche ist Cillo, sondern die Religion ist Cillo. Kirche, na, aber Religion Cillo. Aber Fundamentalisten, wenn du halt die Bibel wörtlich nimmst, ist es eine fucking gefährliche Sekte, Digga. Die Bibel wörtlich nehmen ist ganz, ganz kritisch. Und so. Nicht gut, nicht gut. Dieses Thema ist immer noch extrem aktuell. Vielleicht sogar noch aktueller als vor ein paar Jahren, weil ja auch Esoterik... Laut Gott darf man übrigens, habe ich in einer neuen Hobbylos-Folge gelernt, darf man übrigens nicht masturbieren, der will das nicht. Esoterik eine immer größere Rolle spielt und die wird auch immer eine immer größere Rolle spielen, je größer die Krise ist, in der wir uns befinden. Und deswegen wird auch mein nächstes Thema auf YouTube Esoterik sein, glaube ich. Ich werde mich damit jetzt mal ein bisschen auseinandersetzen. Ich kann hier natürlich in so einem Video nur mal ganz kurz dieses Thema aufgreifen und umreißen. Ich kann weder psychologisch extrem tief reingehen, noch die Sekten-Dynamiken vergleichen und aufschlüssen. Ich dachte nur, vielleicht ist das der Weg weiter, den es sich lohnt zu gehen, nachdem man jetzt sozusagen auf dieses Ostwald-Thema gestoßen ist von TJ. Und sich vielleicht auch selber in Situationen so ein bisschen im Auge behalten, dass es da nichts gibt, wo man am Ende in eine solche Struktur reinfällt. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ihr da aufpasst. Auf jeden Fall, Chatwinde. Auf jeden Fall aufpassen. Ab dem Zeitpunkt, wo euch jemanden verbietet, meinen Streams nicht mehr gucken zu dürfen. Aufpassen. Ich habe euch nicht verliert. Falls ihr selber Erfahrungen gemacht habt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Mut habt, darüber zu sprechen unten in den Kommentaren. Laut der Bibel sollen sich Männer die Frauen dahergeiern und sich nicht zusammenreißen können, die Augen ausstechen. Wild. Aus aufklärerischen Gründen selbstverständlich. Wenn ich YouTuber wäre, hätte ich auch Angst vor ABK. Ich habe ja keine Angst vor ihm, ich habe halt nur keinen Bock, dass in meinem Umfeld schlechte Dinge passieren, weil sich ein paar Leute nicht beherrschen können. Das ist ja eine ganz andere Sache. Ich habe keine Angst, Digga. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Habt auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Abonniert den Channel, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und ja, schön, dass ihr es hierher geschafft habt. Bis dann, Edwysikowski. Boah, interessantes Video von Alex. Gebt natürlich ein Like auf dem Prinz-Kanal. Ja? Vielen Dank.